Wir sind hier gerade am Video drehen, schönen Lambo haben wir besorgt, hier große Markthalle, mein Bruder Levon ist auch hier am Start, meine Jungs sind auch hier am Start, film mal die Jungs. Jungs, wie ist Khalas seit deinem Baba Album, oder? Ich war live dabei, wo er das aufgenommen hat, wo er es erstellt hat. Vom Tag 1 dabei, Bruder. Und ich sag euch, zu krass, zu krass, in 3 Wochen, Bruder, in 3 Wochen, wir sind nach Köln gefahren, in 3 Wochen hat er das Mix-Up falsch gestellt, in 3 Wochen, Bruder. Auf dem Weg von Wiesbaden nach Köln und Köln nach Wiesbaden hat er die Texte geschrieben, wir sind mit 2 Liedern nach Köln gefahren, mit 2 fertigen Liedern sind nach Köln gefahren. Und den Rest hat er alles in 3 Wochen gemacht. In 5 Wochen war das Album fertig. Macht euch mal Gedanken, wie der das gemacht hat. Und so, wie der hier? Ein Beispiel, wie der Wahler ist, der gibt es in 4 Wochen alle, mit 3 Wochen. Was geht ab Leute, Khalas ist draußen, mein Street Album, kauft euch das alle. Wir sind hier gerade am Videodrehen für Rhein-Raus und wir sind hier gerade in so einer Großmarkthalle mit einem Lamborghini. So Leute, Khalas ist draußen, von meinem Bruder Enno, kauft euch das alle. Überall digital erhältlich, iTunes, Amazon, Google Play, lasst uns alle unseren Bruder auf 1 Jahre. Khalas. Das ist das große, nicht bescheid, immer noch weiter bestellen. Khalas muss in die Shots kommen. Alle Gas geben beim Kaufen. Es ist sehr kalt, wenn wir beim ersten Video trinken, aber es wird durchgezogen. Das ist jetzt auf jeden Fall ein BABABABABRIT Video wird es, richtig krasses Video wird es, was auf euch zukommt. Wir sind am Arbeiten für euch, kauft meinen Street Album. Zshow. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.